Der Hyundai i30 hat es richtig schwer. Ein etablierter Kompaktmarkt muss erobert werden, besonders in Kombi-Deutschland sind die Kompakten mit Rucksack neben den SUV sehr beliebt. Was muss der Asiate bieten, um sich da noch gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Den Entwicklern war bewusst, dass sie hier kein leichtes Spiel haben würden. So ein i30, ob als Kombi oder nicht, der muss auf den ersten Blick passen und deshalb schauen wir uns das Fahrzeug ganz in Ruhe erstmal von außen im Stand an. Hier vorne haben wir einen großen Kühlergrill, das erinnert so ein bisschen an Audi A3, außerdem hier weit nach hinten gezogene Scheinwerfer und das Tagfahrlicht LED hier im Stoßfänger integriert. Je nach Ausstattungslinie beinhaltet das auch gleich noch den Blinker. Der Kaskadengrill verhilft dem i30 zum typischen Hyundai Gesicht. Außerdem gibt es auch Voll-LED- Scheinwerfer, allerdings nur gegen Aufpreis. Auch die Seite ist wahnsinnig dynamisch gestaltet und das liegt einmal hier an der von ganz vorne bis ganz hinten verlaufenden Blechfalz und dann das Seitenfenster, welches hinten spitz zuläuft. Ab der Ausstattungslinie Style haben wir serienmäßig LED-Rückleuchten. Bei jedem i30 dabei ist der Dachkantenspoiler, der hier nochmal Dynamik und Länge vermittelt. Länge ist schon das richtige Stichwort, denn mit 4,56 Meter Außenlänge ist der i30 Kombi optimal auf den großen Kofferraum vorbereitet und genau den schauen wir uns jetzt an. Schließlich ist der Kofferraum fast das Wichtigste an diesem Fahrzeug. Mit 602 Litern Ladevolumen sprengt er den Rahmen der Kompaktklasse und behauptet sich gegen seine Konkurrenz par excellence. Legt man die Rücksitze um, stehen sogar 1650 Liter zur Verfügung. Damit hat er schon in der Grundkonfiguration fast so viel Kofferraumvolumen wie Hyundai's größter SUV, der Santa Fe. Die Durchlademöglichkeit erlaubt den Transport von langen Gegenständen. Praktische Fächer im Ladeboden helfen dabei, Kleinteile platzsparend zu verstauen. Dass ich so viel Platz in der Kompaktklasse habe, ist eigentlich total ungewöhnlich, aber ich muss sagen, hier vorne fühlt sich das auch nicht wirklich wie eine Kompaktklasse an. Ich habe erstmal sehr bequeme Sitze, das fällt gleich beim ersten Einstieg auf. Der Fahrersitz ist immer höhenverstellbar und ab der Ausstattungslinie trennt, sogar mit einer elektrischen Lendenwirbelstütze zu haben. Außerdem habe ich hier vorne beim Infotainment eine Smartphone-Anbindung per Apple CarPlay und Android Auto, das macht das Ganze auch sehr modern und generell natürlich ein sehr hohes Ausstattungsniveau, was man ja so von den Koreanern auch gewöhnt ist. Aber dass ich in einem kompakten jetzt Sitzheizung, Lenkradheizung und Klimaautomatik alles sofort dabei habe, das ist echt spitzenmäßig. Welche Auswahl hat der Käufer bei den Motoren? Als Benziner gibt es einen Sauger mit 100 PS und zwei turboaufgeladene Motoren. Der kleine 1 Liter ist ein Dreizylinder und leistet 120 PS. Er ist ausschließlich mit einem manuellen Getriebe erhältlich. Das in unserem Testwagen verbaute 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist bei dem 1,4 Liter TGDI mit 140 PS optional dabei. Somit lässt sich der Hyundai i30 in der Stadt gemütlich fahren. Ebenfalls erhältlich ist ein Dieselmotor in zwei Leistungsstufen. Beide lassen sich mit der Automatik kombinieren und stehen somit für hervorragende Effizienz. Hier in der Mittelkonsole habe ich jetzt noch ein kleines Knöpfchen und zwar das für die Fahrmodi verbaut. Hier steht Drive-Mode drauf und das ist ganz besonders wichtig, wenn man die Automatik an Bord hat, denn je nach Fahrmodi, also ob Eco, Normal oder Sport, habe ich ein anderes Schaltverhalten. Auch die Gasannahme wird noch ein bisschen verändert, jedoch muss man sagen, so richtig groß sind die Unterschiede nicht. Trotzdem für denjenigen, der auf die Spielerei steht, der kann hier ein bisschen rumwählen. Eco, Normal oder Sport. Der Hyundai i30 Kombi macht eine gute Figur. Er startet in der Pure-Ausstattung bei 18.450 Euro, kann als Premium mit Automatik und starkem Diesel aber auch 32.680 Euro kosten. Trotzdem fühlt er sich dank seiner vielseitigen Ausstattung nach mehr als nur Kompaktklasse an und überzeugt nicht durch individuelle Stärken, sondern dadurch, dass man sich in allen Lebenslagen auf ihn verlassen kann. Viel Platz, Bequemlichkeit und gute Ausstattung sind die überzeugenden Faktoren dieses Kompaktkombis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.